zu kaufen war das erste ganz sicher genau da war ich mir jetzt gar nicht mehr ganz sicher dafür ist es ein bisschen zu lang hier nehmen wir auch gerade mit der ist nicht verkehrt zu haben wie fandest du die GPL? habe ich hier irgendwas überlesen? war ja der GPL-Kampf sorry, habe ich gerade überlesen ich fand sie gut es gibt auf jeden Fall nochmal einen Recap-Stream deswegen möchte ich jetzt hier nicht zu viel Zeit reinsetzen dafür vielen Dank, bis zum nächsten Mal gerne ich finde es bei mir vielleicht einzigartig erst mal ein Schizofreni, sehr gut im nächsten Set was GPL war an sich eine geile Season möchte ich sagen bin definitiv nächstes Season hier mit dabei aus, was passiert irgendwas, was unvorhergesehen ist was ich jetzt einfach mal nicht hoffe weil das ist immer scheiße und ja genaues Feedback gebe ich doch ich bin sehr zufrieden mit Platz 4 kann ich sagen ich finde es sehr cool, dass Thundress auf Platz 1 der Killerangliste ist und Lophani auf Platz 4 der Killerangliste das heißt, da haben wir ganz ganz oben spielen wir da mit und ja genau ist alles gut, Moni alles wunderbar macht dir keinen Stress auf jeden Kampf gesehen das freut mich sehr freut mich auch, dass es dir gefallen hat ich finde es auch eine sehr coole Season ich freue mich sehr über die ganzen Support den ich bekommen habe während der Season hat mich tatsächlich überrascht weil ich ja doch eher einer von den kleineren bin beziehungsweise einer von den unbekannteren in der Szene sag ich mal ähm genau Luke sagt's was ist der Witz naja, gerade ein Hänger angekommen bei mir nicht so ganz aber das ist auch nicht so wichtig Mama Mai Mai nennt man mich und einfach ist mein Leben nicht wenn ich umsonst heiße ich Mama ich hüte eine Hundertschar weil ich Unglück mir hier wieder fuhr mein Fleisch und Blut die ganze Tour verschwunden ist ganz ohne Spur tausend Tränen muss ich weinen um meine hundert süßen Kleinen o kleiner Mann mit großem Herz beende Mama Mai Mai's Schmerz aber gerne tausend Dank o große Held linderst das was mich quält und eines werde ich nun gewagt narbenhaft erscheinst du zwar doch was kommt wird wunderbar ihr nehmt diese Karte an mit der mit ihr kommst du ganz schnell voran mhm ist doch Apokalypt stimmt fuck it ich muss es mal am Mai Mai nennen die Karte zeigt dir wo sie sind ganz ungefähr wie ein jedes Kind die Mai Mai Karte soll dich leiten und dir zum Glück den Weg bereiten um die Mai Mai Schardier anzusehen drückst du ihr Touchscreen Touchscreen Emblem hüüüüüü ja mach ich Zahlen wirst du darauf sehen, die allmählich heruntergehen Wenn du Maimais kannst, erspähen Verstehst du nun, o kleiner Mann, wie dir die Karte helfen kann? Dann zögere nicht, du großer Finder Such mir die verschwundenen Kinder Mach ich Spitz die Ohren, lausch den Weinen von den vielen armen Kleinen Mach ich Ich mag die Maimais, sind süß Was? Gut, dass die Frage nicht bei dir angekommen ist Und nicht die Frage gestern Ja, das ist, glaube ich, jetzt gut Wenn man dich übersieht, ne Einmal ist es einfach so cute Wird super, dass sie die Bologen einfach mitsingen Wenn man sie einsammelt So mit IC Ja Die sind echt cute Die sind wirklich süß Ähm Hopp Will schauen, ob ich Maimais finde Weil hier waren im See auf jeden Fall welche Ich höre eins quietschen Das, glaube ich, auch noch, wo eins war Wenn ich darüber nachdenke Ach ja Wie geht's denn euch so? Hattet ihr denn einen schönen Tag bisher? Dann wird es einmal gefunden Bring es zu mir mal einmal Mach ich dann bei Gelegenheit Aktuell bringt uns das eh noch nix Nein, ich komm nicht ran Das machen wir sowieso Pfft Ah, nee Also ich hatte einen Ja Schönen Tag, muss ich sagen Hab fünf Stunden gearbeitet, aber Ähm Was muss denn was? Ein sehr angenehmer Tag Muss ich schon mal sagen Wann streamst du immer? Ähm Ist schwierig zu sagen Eigentlich immer abends Also ich bin eigentlich jemand, der Nie Mittags Also fast nie mittags streamt Eigentlich immer so ab Neun oder so Weil ich eigentlich auch mal Mittags streamen möchte Also mehr zumindest Genau Hier kann man schon Theoretisch das Haus des Windes öffnen Weiß zwar noch nicht meine Absicht Aber okay Ähm Bevorzugt eigentlich montags Wenn ich denn da bin Aktuell bin ich montags immer unterwegs Aber wenn ich wieder da bin Montags Dann wird ja auch wieder montags Streamt Nein Was sind meine Meißen? Warum kenne ich Die cute Kreatur noch nicht Äh Das ist Die Im Prinzip ist das Das Collectible Von dem Spiel Es gibt in jedem Zelda-Spiel Ein und nicht eine Collectible Was man sammeln Kann Muss Darf In dem Fall sind es einfach Die meinen Meißen Ich will noch kurz nach Wollen wir so gehen Minilamus Seine Ganz genau Also wenn ich das Haus In der Nähe der Mein Meiß Öle gehe Dann komme ich ja in die Überwelt Von Zebis Ja Das kann man natürlich machen Ich glaube hinter dem Haus Die Musik ist schön Und welche Tage Nur montags Es ist halt unterschiedlich Das kann man immer schwer sagen Also montags eigentlich immer ganz gerne Und ansonsten Also wenn ich Uni habe Eigentlich immer montags Und dann meistens immer so donnerstags Oder so Aber wenn ich jetzt frei habe Vielleicht auch mal häufiger Ganz sicher sagen Geh weg Ich habe da sehr sehr positives gefunden Mit dem Zelda-Mai-Meiß Sehr gut Da freue ich mich doch Dass auch du Den Mai-Meißer was auch gewinnen kannst Ja Die Mai-Meißer ist sehr cute Ja Das sieht doch aus wie Mininamus Jo Esel Alles klar Moment 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 Das war daneben Wer daneben Wer daneben Danke Ich gehe besser auf dem Discord-Server An wen gerichtet war das jetzt Ach so ein Keim Ja das ist einfach 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 am besten auf den Server Super Moni Dankeschön Da wirst du auf jeden Fall Keinen Stream verpassen Oder mir auf Twitter folgen Auch eine Option Da haue ich eigentlich Immer jeden Stream Außer auf Discord Kündige ich sie noch am längsten an How to not catch ferries by Mo Ja das ist der Plan gewesen Ich wollte euch zeigen Wie man es nicht macht Es war ein How not to do Nein bin ich ein guter Not Ein guter Warum lese ich Not Au Guter Mod Wollte ich sagen Aber okay Ist sicher auch ein guter Not Unauffällig Bin sie nett Ne bei mir nicht Mein Stream läuft noch Wenn überhaupt Kackt gerade Twitch ab Ah es tut mir leid Es tut mir leid Das ist alles meine Schuld Entschuldige bitte Ah jetzt kommt von Terminator Noch eine Spende von 20 Was ist mit dem Jungen falsch Ja gut Damit sind wir jetzt bei 58 Euro Vielen vielen Dank nochmal Auch wenn er es vielleicht Im Nachhinein erst sehen mag Jetzt kann die Spende durch Nochmal nochmal Vielen 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 Dank Für die 20 Euro Spende Scheminator Auch wenn du weg bist Ich hoffe du siehst es im Nachhinein noch Ähm Wow Wow Vielen 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 Dank Damit sind wir jetzt bei 58 Euro Wow Das heißt ich mach mich auf die Suche Nach einem Rain and Dawn Langsam Vielleicht kriegen wir da irgendwas rein Der doppelte Gönner Yo Truminator bester Mann Yo Das ist super super nice Vielen 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 Ehrenlink Ja Müsst ihr eigentlich so einen Ehrenlink Rang jetzt bekommen Holy shit Das war Sehr nice Also Krass Vielen vielen Dank für den Support Auch wenn er es jetzt ein Nein an sieht Egal Schade dass er jetzt nicht da ist Hätte mich gerne nochmal persönlich bedankt Holy shit Truminator macht mich einfach kaputt Krass Krass Haut der einfach 40 Euro Spende raus ins Klamot Ich werd nicht mehr Wow Das ist heftig Okay läuft wieder Sehr gut Moni Ich bin Der Junge macht den Stream kaputt Damit Weil er mich kaputt macht Mich so überrascht Aber da ich morgen wieder früh aus dem Betten muss Verabschiede ich mich nun in die Nacht Einen schönen Stream möchte ich noch Und später eine gute Nacht Ja dann Ciao Marcel Bis zum nächsten Mal Danke dass du reingeschaut hast Man sieht sich vielleicht in dem nächsten Stream wieder War auf jeden Fall sehr cool Dass du dabei warst Also gute Nacht Danke fürs reinschauen Wer bist du? Hat meine Frau dich geschickt Um mich zurückzuholen? Wie? Du hast mich eigentlich hier gefunden? Ich hätte den Eingang doch so gut getarnt Mein Name gehört? Ach da hat er noch Hat er auch gelurkt Ja vielen vielen Dank Die Spende ging gerade durch Vielen vielen Dank nochmal für 20 Euro Das ist echt super krass Ähm Ich bin echt geflasht Vielen vielen Dank Du hast damit im Prinzip uns Fast über Leidengang an das Spendenziel gebracht Also Spendenziel sind an sich 90 Euro Aber das ist halt das was ich so gesehen habe Was die Maximalpreise waren Also was wo man es auf jeden Fall bekommt Und mit 58 könnte man es auch nochmal auf Ebay suchen Und ich gucke einfach mal Und jetzt hat Dankeschön Marcel auch noch für die 10 Euro Äh Für den 10 Euro Äh 10 Euro 10 Bit Cheer Vielen vielen Dank Auch dafür noch Holy Shit Was ist denn heute los? Was ist das für ein Stream? Was ist falsch heute? Vielen vielen Dank Vielen vielen Dank Ähm Ein Herz Ein Herz für den Ehreling Schumi Ein Herz an Marcel für den Cheer nochmal Vielen vielen Dank ey Ich drücke die auf der Gäste mit einfach an 20 in die Hand Dann kannst du dir auch dieses Fortkaufangebot leisten Nice Look out raus War die dritte What? Was ist falsch? Nein Du kannst doch nicht nochmal spenden Nein Was mit der zweiten los ist weiß ich nicht Dann nochmal vielen vielen Dank Was ist denn hier los? Alter Ah ne ich glaube wobei es kann sein Dass nicht Paypal Spenden sogar direkt auf mein Konto gehen Das kann gut sein Ja Holy Shit Dann vielen vielen Dank nochmal oben drauf Alter Schwede Du boxt einfach das Spendenziehen in die Unendlichkeit Holy Shit Wow Ich könnte dir Geld schicken Da hast du ja noch ein Postfach Nein aber das ist kein Postfach Sondern einfach nur eine Packstation Leute Alter Das ist doch nicht normal Ich fühle mich ja schon schlecht hier Ich bin echt platt Was ist das? Gibst mir Geld Das Geld Und ich gebe dir meine Kopie Ne ich will dir nicht die Pupie klauen Äh Ich schaue schon selber mal Alter Schwede Ehren Ehren Link Schuminator Kranker Scheiß Was ist das heute? Was ist das? Muss raus Ja ich bin echt Ich bin echt platt gerade Sofortüberweisung gewesen Ja Dann weiß ich nicht was das war Wenn es noch kommen sollte Werde ich das irgendwie Noch twittern oder so Ich werde das dann irgendwie noch bekannt geben Ich werde mich dafür noch bedanken Wenn es irgendwie im Nachhinein noch auftauchen sollte Ähm Einfach um das noch gesagt zu haben Also wenn da was kommt Kommt sicherlich einmal auf Discord Einmal auf Twitter von mir Und eine Meldung dafür Dass ich mich da noch offiziell für bedankt habe Oder im nächsten Stream Oder irgendwann Ähm Wenn es noch auftauchen sollte Nächste Zahlung von mir Okay Schauf mit der Eingwerbung Alter Schwede Das geht jetzt schon vorbei Nein Ähm Muss ich die Code ist schon offline Nein 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 Guten Abend Gutsmiedel Ich bin etwas kaputt gerade Schumi macht mich kaputt Die mir 40 Euro Mehr eigentlich mehr als 40 Euro donated hat Äh Wo auch immer die letzte Spende hin ist Uff Ich bin Wow Krass Versuche ich mich jetzt mal hier zu fangen weiterzumachen Erstmal einen Schluck Wasser trinken dafür Wow Ich bin platt Ist also nicht gekommen Um mich nach Hause zu holen Hast du nicht vielleicht Lust mir da zu helfen Bist du ein Klar denkender Mensch Ich denke schon Wirklich Okay Mir gehört ja dieser Laden Krikot Eines Tages Fiel mir im Angebot Das Straßenhändnis nebenan etwas auf Ich verkaufte einen Apfel Der einen angeblich klar denken lässt Wenn man ihn ist Es klang so reizvoll Da habe ich das Geld aus der Kasse genommen Und ihm den Apfel abgekauft Seinen Apfel würde Würdest du doch auch haben wollen Oder etwa nicht Klar doch Wirklich Du würdest ihn also haben wollen Scheinst doch nicht gerade klar zu denken Dieser Apfel Ich habe ihn gegessen Und nach ein paar Stunden Setze die Wirkung ein Schreckliche Schmerzen Stunden auf dem Klo Reden wir nicht weiter davon Am nächsten Morgen geschah es Mein Magen ging es wieder gut Alles war wieder ganz normal Eigentlich ist es am besten Wenn es ganz normal ist Dachte ich mir Verstehst du Meine Gedanken waren plötzlich klar Ich hätte eine große Einsicht gewonnen Aber als meine Frau davon erfuhr Wurde sie Fuchstaffels Wild Ihre Gedanken waren absolut nicht klar Sie warf mir in den Kopf Ich hätte mich reinlegen lassen Stundenlang machte sie mir die Hölle heiß Das war der Grund Warum ich mich hier versteckt habe Findest du auch Dass ich mich hier über den Tisch ziehen lassen Hört sich so an Wusste ich es doch Für jemanden der nicht klar denkt Hast du eine seltene Gemütsruhe Bis ich meine bessere Hälfte Wie der etwas berüchtet Kriegen mich keine zehn Pferde nach Hause Und um dass du mein Versteck gefunden hast Am besten verziehe ich mich In irgendein Verlies Als Atemhändler weiß ich aber natürlich Dass man sich ohne Fluchtfrucht In einem Verlies Nicht ohne Fluchtfrucht In einem Verlies gehen sollte Kannst du meine bringen Das wäre meine Rettung Oh ja man macht nicht Was ich dafür bekomme Oh meine Fresse Schumi hör auf ihn kaputt zu machen Der Detox Apfel Händler ist voll toxic In der Stream Zerstörer Ja ich merke schon Holy shit Schumi macht einfach Schumi macht einfach mein Hirn kaputt Im Stream Auto Kill Mo Wofür gab es doch glaube ich hier Jetzt ich täusche Gib mir noch ein Herz Gib mir ein Herz Gib mir ein Herz Gib mir ein Herz Ich wollte meine Kann ich jetzt geben Was heißt das denn Ich bin halt Alter habe ich Geld über Und gebe gerne Ist trotzdem nicht selbstverständlich Vor mir trotzdem sehr drüber Und bin trotzdem waff Ist die Fluchtfrucht gewesen Was ist die Fluchtfrucht 50 Kubine Ich hoffe das lohnt sich auch Most weakness money Das hat mich gerade zum Bruch gebracht Kleine Octopath Traveller Anspielung Für die Leute die es gespielt haben Ich bin jetzt dafür mein Name Moni will irgendwie Geld spenden Ich habe das Gefühl Alles gut Moni Ähm ja Hast eine Fluchtfrucht Du wirst du mir überlassen Ja gut Danke danke tausend Dank Lass dir im Gegenzug das hier Lass mich dir im Gegenzug das hier geben Okay das hat sich gelohnt würde ich sagen Jetzt war euch kein Verlies mehr zu fürchten Nur warum zittert meine Stimme denn so Anscheinend war es doch keine Fluchtfrucht Die mir gefehlt hat Sondern der Mut Naja wie die noch sei Kein Wort zu meiner Frau Ja ist gut Autokemo Step one take money Step three Fragezeichen Step four profit Genau das ist Das ist der Play So schau mich jetzt hier noch ein bisschen um Hier soll sich auch irgendwo mein mein oder Ne Hier ist absolut nichts Gut Nimm auch nichts Uff Weg Er lebt ja noch Wie die hält dir drei Hits aus Was ist das für ein Für ein Betrüger hier Betrügerig Weg So Pff So der zweite noch durch die Gegend Ja ist mein mein Ich wusste doch dass er noch irgendwann ist Ich hab grad Mad Spenden will aber für meine Gäste Mir eine Paysafe zu holen Musst du doch nicht Mad Weg sein Mein Gott Ich fühle mich schlecht wenn alle so viel Spenden Aufwand das irgendwie der Sinn von Spenden ist Aber trotzdem Das sind halt die blauen Das sind ganz schöne Schlawiner Ja ich merk schon So Ich hab mir jetzt mal den Moneystein So Da ist Eine Herzzahl drinnen Hab ich nur nochmal ran Nicht so Das ist ein Schild Ja ich hab ein Schild Ich weiß Hab ich vergessen zu benutzen Wer braucht schon Schild Macht das nur zur Deko Nur zum Deko Im Sinn bei kann ich euch schon mal ankündigen Hehehehe Obvious Moneystein War das Animal Crossing geklaut eh Wer weiß Kann ich schon mal ankündigen Es wird Im September Wahrscheinlich Ähm Also Hilfe Abgesehen davon dass ich ja eh noch irgendwann anfangen möchte Majora's Master Speedrunner Oder zumindest versuchen möchte Ähm Wobei ich da immer noch den Die dumme Mod machen möchte Bin bis hinweg dazu gekommen Ähm Oh Mai Mai Ähm Wird es ziemlich sicher wieder einen Majora's Master 100% Stream geben Oder zumindest einen Stream wo wir das Spiel durchspielen werden Und wahrscheinlich sogar im Laufe eines Wochenendes nur Ähm Könnte ich schon mal drauf einstellen Dass ich das Ähm Entweder wird das sein von wegen wir nehmen drei Tage Und äh Hauen das Spiel da komplett durch Oder Jo Schumi Was ist denn falsch mit dir Der kommt noch mal 1000 Euro Alter Was ist das Alter Alter Was ist das hier Das waren einfach 70 Euro Spende alleine What Alter Schwede Schumi Vielen, 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 vielen Dank Wow Scheiße Darf ich mal ganz kurz Das muss ich kurz einmal einblenden Ähm Machen wir die Endbox kurz raus Ähm Moment Bevor ich jetzt irgendwie den Gegner reinrenne Donation Goal Da ist es Donation Goal Schumi hat das fast allein gefüllt Alter Holy shit Vielen, vielen Dank Schumi Ich weiß nicht, ob das jetzt die Spende war, die vorhin noch nicht eingekommen ist Oder wieder eine neue Spende Ich hoffe, es war keine neue Spende Ähm Holy shit Was ist denn hier falsch? Das Spiel wird sich auf Schumi's Nacken gegönnt Ja, halt echt In dem Sinne bin ich ja schon 19 Ja Ich mach mit und werde wieder im Blumentopf stecken bleiben Holy shit Der Triple Gönner Wow Alter Verwalter Das sind einfach 70 Euro jetzt gewesen Vielen, 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 vielen Dank What the fuck Schubier eine neue Alter Alter Nein Mach doch nicht sowas Was Nein Alter Alter Ich mache hier Und das ist einfach Ich mache hier Ich mache hier